Der Gelsenkirchener Hallenstadtmeister 2013 heißt Viktoria Resse. Nach 2011 geht der Stauder Pokal erneut an den Bezirksligisten aus dem Nordosten der Stadt. Zum Mitschwinner im Finale gegen Jörg Kassel avancierte ein Oldie. Der 44-jährige Torwarttrainer Marco Schröder, der gleich 3,9 Meter parierte. Ich glaube der Knackpunkt war Ethos Bismarck, wo wir wirklich gefeitet haben von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und auch mit Glück am Ende 1-0 gewonnen haben. Und von da an war unser Ziel erreicht, Halbfinale. Und das andere war nur noch Bonus. Und so etwas wünscht man sich eigentlich. Ich habe gedacht, Versuch 1 zu halten, der reicht. Aber 3 ist sensationell. Aber ganzes Lob an die Mannschaft, der hat super gekämpft. Und kam wieder nach dem Rückstand. Und ich bin hochzufrieden. Hat super Spaß gemacht. Und ich sage immer, ich genieße jede Sekunde. Weil ich weiß nicht, wie viel es noch gibt. Also von daher, im Alter ist das immer so eine Sache. Nee, war super, ohne Frage. Mit dem knappen Erfolg gegen Jek untermauerte Resse zudem sein Nimbus als Turniermannschaft. Auf jeden Fall. Ist jetzt mein zweiter Startmeistertitel. Vor zwei Jahren haben wir das ja auch geschafft. Also von daher, denke ich, würde ich sagen, auch verdient am Ende. Weil Meter schießen ist zwar ein bisschen Glückssache, aber wir hatten Glück auf unserer Seite. So sah es auch Resses-Chefcoach Norbert Sander. Also die Jungs hatten sich mit Sicherheit den Titel vorgenommen. Und wir haben natürlich gewusst, dass wir hier mehrere Mannschaften haben, die das gewinnen können. Die auf Augenhöhe sind. Und letztendlich war ja auch dieses 7-Meter- oder 9-Meter-Schießen, was das ist, erforderlich. Letztendlich dafür. Das zeigt ja auch, wie ausgeglichen das war. Das würde ich den Dritten auch noch mit hinzuziehen. Aber ich glaube, dass durch die Tatsache, dass wir nicht ein einziges Spiel verloren haben in der ganzen Stadtmeisterschaft, das auch nicht unverdient ist, trotz allem. Sein Assistent Mike Neumann war Mitglied des Arbeitskreises, der sich einige Neuerungen hatte einfallen lassen und dem Turnier so eine Auffrischung verpasste. Ja, also es war auf jeden Fall besser als die letzten Jahre. Natürlich kann man es nicht jedem recht machen, aber es war auf jeden Fall der richtige Weg. Auch mit der Zuschauerresonanz waren die Verantwortlichen zufrieden. Also das ist immer eigentlich recht gut besucht und durch die Paarung in den Vorbereiten, wo halt die Gegner, Erle und so alle gegeneinander, war es schon in Ordnung. Und so soll es auch 2014 wieder sein.